Guten Tag, mein Name ist Karl Schunk. Ich arbeite hier am Vivantes Perinatalzentrum in Friedrichshain, Level 1, als Kinderarzt und Neonatologe. Wir sind mit unserem Team spezialisiert auf die Betreuung von kleinsten Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Gerade die Kleinsten kommen häufig gesund zur Welt, sind aber auf das Leben außerhalb des Mutterleibs noch nicht genügend vorbereitet. Es macht Spaß, den Kindern und Eltern zu helfen in dieser anfangsschwierigen Zeit, die teils über Wochen geht, und immer wieder die Balance zu finden zwischen Intensivmedizin und entwicklungsfördernder Pflege und Bindungsförderung. Wir begleiten Sie schon vor der Geburt und während des teils langen stationären Aufenthaltes, um für Sie und Ihr Kind einen gesunden Start ins Leben zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017